Hi, hier sind Tobi und Alex von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns das Personalpronomen im Spanischen genauer an. Hierfür sehen wir uns zunächst an, was allgemein Pronomen im Spanischen sind und damit auch verbunden, was das Personalpronomen im Spezifischen ist. Daraufhin sehen wir uns die verschiedenen Formen des Personalpronoms an und zu guter Letzt folgt der Gebrauch des Personalpronoms inklusive ein paar Besonderheiten. Doch was sind Pronomen überhaupt? Pronomen sind Wörter, welche für Nomen stehen, jedoch selber keine Nomen sind. Ein Beispiel dafür ist, hast du die Vase kaputt gemacht? Hierbei ist du ein Pronomen und da dieses für eine Person steht, ist es auch ein Personalpronomen. Im Spanischen gibt es folgende Formen des Personalpronoms. Sehen wir uns nun eine besondere Verwendung des Personalpronoms an, und zwar die Verwendung als Subjekt. Hierbei wird meist das Personalpronomen weggelassen, weil ähnlich wie im Lateinischen das Verb schon die Person anzeigt, wer das Subjekt ist. So wird das Personalpronomen eigentlich nur aus einem der folgenden Gründe als Subjekt verwendet. Erstens, wenn etwas betont werden soll. Hast du die Vase kaputt gemacht? Nein, das war er. Zweitens, wenn jemand identifiziert werden soll. Wer ist er? Ich bin's. Und drittens, bei einem Personenwechsel im Gespräch. Ich bin Uruguay und Sie, ich bin Argentinier. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch, und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.